To you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Annika, happy birthday to you. Oh, das war was schulch. So. Sie hat auch Geburtstag. Ja, richtig. Alle haben Geburtstag. Liebe Annika, alles Gute zum Geburtstag auch von Toggo und von mir und von allen, die hier so. Schau mal, bitteschön, macht ihr noch einen schönen Tag. So, zurück zu unserer Fragestunde.